Wie EU-Infothek berichtet, wird vom BKA bereits im Sommer 2019 ausgeforscht, dass der Maibach von einem Wiener Autoverleih nicht direkt an Detektiv H., sondern über einen Bekannten des Detektivs angemietet wird. Da H. nicht selbst bei der Autovermietungsfirma auftreten will, greift er auf seinen Bekannten zurück, der sich zugleich auch als Chauffeur zur Verfügung stellt. Da der Detektiv den Maibach aber auch privat nutzt und dabei Verwaltungsstrafen von mehr als 30.000 Euro zugestellt bekommt, ergibt sich für den Bekannten ein Problem. H. refundiert die Strafen nur in kleinen Teilen und nur 12.000 der offenen 30.000 Euro. Der Detektiv soll über ein Video erzählt haben, das die FPÖ und ihre Chefs sprengen wird. Diese soll unter anderem der Süddeutschen Zeitung und auch Georg Sorosch angeboten worden sein. Bis dahin soll aber keiner der Betroffenen etwas für das Video bezahlt haben. Nummer two C. Waiter Ministries Anst Institute